Für welche Leute bist du eigentlich hier? Speziell für Paul Ernst, Darkraver, Prophet, Scott Brown. Zum Beispiel Marksbrun oder Darkraver, die sind schon voll geil. Also es gibt für alle Leute, sag ich mal, ein bisschen etwas. Und ich finde es halt sehr gut, weil es halt sehr groß ist. Und da es auch verschiedene Musikrichtungen gibt, dass es also, sag ich mal, für verschiedene Menschen alles dabei ist. Ladies, seh dich! Das ist schon mal, Mike. Das hat uns dieses Ding. Sehrenzugabscher Report ist da keine Energie. Das ist die誰. Ich sch disturbiere Pach formation finalement. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020